Hallo liebe Katie Ford Fans. So, wir sind hier in Boston, in einem amerikanischen Krankenhaus auf der Dachterrasse. Ich sitze hier gerade im Regiestuhl, was ich offiziell darf, weil ich gefragt habe. Wenn man das nämlich nicht gefragt tut, dann muss man eine Schnapsklappe ausgeben fürs ganze Team. Also der Regiestuhl, der ist schon sehr heilig, aber ich darf hier sitzen. Genau, und wir drehen hier oben heute die Szene, wo der Chad, mein Arztfreund, meine große Liebe sozusagen, mich davon überzeugen will, dass ich da mir was vormache mit dem Ray, der das Herz meines Sohnes hat, und dass ich mich da nicht so hineinarbeiten soll als vorgetäuschte Physiotherapeutin, die ich ja eigentlich nicht bin. Und er will mich im Prinzip schützen und retten und mich wecken in meinem doch ein bisschen träumenden Zustand, weil ich mir das ein bisschen einrede, wie schön das alles ist. Also eine hochdramatische Szene, aber auch viel Charme und also was Berührendes auf jeden Fall drin.